Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Star-Code zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Okay, achso jetzt... Okay, alles klar! Oh, oh! Clerica123 ist der Mörder und wir müssen gucken, wie wir... Es ist ein Trutharn! Es ist ein verrückter Trutharn! Es ist ein Trutharn! Oh mein Gott! Hilfe! Wo seid ihr? Hilfe! Hilfe! Haben wir drei Leben? Ja, wir haben drei Leben. Wo seid ihr? Ich bin unten in der Kanalisation. Ich bin bei Kira. Okay, ey, ich such euch schnell. Haben wir irgendwie... Können wir das Messer benutzen? Ich glaube schon. Bisschen wie? Ah, wir müssen Münzen sammeln. Ich glaube, wenn wir 20 Münzen... Oh, oh! Oh mein Gott, das Huse ist schon da! Kira, pass auf! Ist der wieder hinter mir? Kira, ich werde dich retten! Warte! Man kann dich retten, man kann dich retten, Kira. Ich krabbel hier raus, aber... Kira, krabbel raus, wir können dich retten. Jemand hat mich geworfen. Okay, okay, du stehst wieder. Nein, da ist er wieder! Ach, das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Nein, ich werde... Nein, 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 nein! Oh Gott, okay. Warte, ich helfe hier jemand anderen. Okay, ich habe ihm geholfen. Hi. Oh nein. Kira, lebst du wieder? Da unten ist er, da unten... Nein! Da unten ist der Truthahn! Oh mein Gott, Kira, bist du gestorben? Ja. Oh nein! Okay. Der Truthahn kommt! Der Truthahn kommt! Oh nein, Kira, kannst du uns zuschauen? Es ist der Truthahn! Da! Ah ja, hier zu... Ah, der Truthahn! Da, ich kann euch... Der Truthahn! Ich kann euch den Truthahn zusehen. Und da bist du! Es war der Truthahn! Es war der Truthahn! Schau dir jetzt zu! Es war der Truthahn! Hat mich getötet! Hey, guck mal, ich habe ein Glücksblatt gefunden. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Denn es war der Truthahn! Es ist St. Patrick's Day, deswegen ist, glaube ich, der Truthahn so ein Special-Ding, glaube ich. Oh Gott, ich weiß nur nicht, wo der sich befindet. Oh Gott, ich habe gerade Schritte gehört und es war einfach nur ein Spieler. Ich glaube... Oh nein, es sind schon zwei Leute tot. Oh nein, ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss irgendwie mehr Münzen finden, damit ich mir eine Waffe kaufen kann, oder? Ja, du brauchst 20 Coins, steht da oben. Oh nein, oh nein! Er ist bei mir in der Nähe. Wirklich? Er ist bei mir unten gerade gewesen. Ja, bei mir hat gerade die Musik angefangen zu spielen. Ja, bei mir auch. Kann sein. Ich kann den beobachten. Kannst du den beobachten? Ach, oh Gott! Ich erschraub mal, wenn irgendwie... Oh mein Gott, der ist hier! Oh mein Gott, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Hättest du gesehen? Dann lauf mal lieber schnell weg. Ich helfe dir. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Du bist dem... Na, also voraus, glaube ich. Okay. Eine Technik... Oh nein. Wenn du jetzt schlau bist... Ja, okay, du bist weg. Ihr könnt oben 20 Coins sammeln, insgesamt. Ich sammle auch die ganz... Oh Mann, der bleibt die ganze Zeit bei den Leuten, die man wiederbeleben kann. Der wartet so lange, bis die sterben. Oh Mann. Das ist eine ziemlich fiese Taktik, aber es ist eine effektive Taktik. Ja, aber das ist richtig fies für die, die hier mitspielen. Hilfe! Hilfe! Nein, Anna, nicht sterben! Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gehört. Aber ich habe nichts gesehen, aber ich habe was gehört. Ich brauche noch zwei Coins, dann kriege ich, glaube ich, eine Waffe. Lenn doch nicht in den Rad! Ja! Oh nein! Anna, bist du gestorben? Oh nein, Anna, nein! No camping. Da steht sogar no camping. Aber der campt sogar. Okay, pass auf, keine Angst. Der verschafft mir dadurch viel Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist eigentlich, dass du einen Kack-Tut-Han willst. Oh nein! Oh, ups. Oh nein! Oh nein, Anna! Nein! Der Tut- der Tut- der Tut- hat mich aufgegessen. Oh mein Gott, der hat dich aufgegessen? Es war Thanksgiving. Nein, er hat mich nicht aufgegessen, er hat mich nur runtergeschubst ins Wasser. Er hat mich gekocht wie eine Suppe. Ich brauche nur noch zwei Münzen. Oh, das ist mies. Oh, wisst ihr, könnt ihr irgendwo sehen, wo es Münzen gibt? Ähm, ich, äh, ich kann deine Perspektive sehen. Oh Mist. Er ist der Tut-Han, er ist der Tut-Han. Lauf weg, er ist der Tut-Han. Ich brauche nur noch zwei Münzen, dann kann ich ihn holen. Er ist der Tut-Han. Oh, da ist eine? Okay, ich brauche nur noch, da ist die letzte. Nein, 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 andere Richtung, da war einer. Ah, das war einer. Hey, ich habe 20 Münzen, was kann ich jetzt damit machen? Keine Ahnung, äh, gibt es... Kannst, kannst du, kannst du irgendwas damit machen? Mit den Münzen? Ich weiß es nicht, aber ich habe 20. Kann ich nicht mit 20 Münzen irgendwas tun? Drück mal, drück mal oben auf die 20 Coins drauf, also oben. Habe ich gemacht, geht nicht. Gibt es irgendwie einen Shop? Es muss doch... Oh mein Gott, da, die Ausgänge sind auf dem Flucht. Ich kann, glaube ich, flüchten. Jetzt rennen. Okay, glaubt ihr, ich schaffe es raus? Da, das grünen wir nicht. Okay, sagt... Hoffentlich steht der nicht davor. Achtung. Ist er hinter mir? Oh, das wäre richtig gemein. Nein, da ist niemand. Der ist in diesem Raum, wo die ganze Zeit noch war. Oh mein Gott, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. Okay. Ich renne. Ich schaffe es, ich gehe raus, ich gehe raus. Ja. Ich bin rausgekommen. Du bist entkommen. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wollen wir mal noch eine Runde auf einer anderen Karte spielen? Ja, klar. Okay, go, go, go. Oh, das war gerade so spannend, aber ich bin zu Glück entkommen. Wir nehmen Paparoni's Pizzeria. Paparoni's Pizzeria, genau. Hol dich Paparoni's Pizzeria. Ja, lass Paparoni's Pizzeria als nächstes spielen. Paparoni's Pizzeria. Paparoni's Pizzeria. Mama Mia. Oh, oh, guck, ich habe dreimal die Chance zu werden. Nein, ich werde es nicht. Aber es wird Boytypus. Boytypus. Oh, okay, okay, okay. Also. Werdig. Oh nein. Es ist nicht immer der Truthahn. Es ist nicht immer der Truthahn. Aber. Es ist auch manchmal ein Anderer. Der hat ihn gewählt. Oh, es ist schon wieder der Truthahn. Es ist der Truthahn. Es ist der Truthahn. Es ist der Truthahn. Es ist ein Truthahn. Es ist ein Truthahn. Oh mein Gott, der kommt gleich. Der kommt gleich. Versteckt euch. Es ist ein Rainbow. Paparoni's Pizzeria. Wollen wir uns im Lager hinten treffen? Wo seid ihr? Ich bin im Lager. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe mich versteckt. Ich habe mich versteckt in so einem Spind. Echt jetzt? Stimmt, man kann sich im Spind verstecken. Ja, deswegen. Vera wurde in den Spind gesperrt. Racky the Leprushon ist hier. Hey, Anna, du bist mit mir in einem Raum. Ja, ich bin beim... Da ist der Truthahn gewesen. Oh, oh. Oh mein... Oh, der ist mir vorbeigelaufen. Nein, oder? Anna, siehst du mich? Ich bin in einem Hauptsaal der Pizzeria. Hilfe! Oh mein Gott. Ich bin hier irgendwo, wo die Musik gerade laut spielt. Oh mein Gott, der ist, glaube ich, ganz nah bei meinem Komplett. Aber jetzt ist es gerade rot. Oh. Versteckt euch in diesen... Versteckt euch in den Schränken, wenn ihr die Chance habt. Ja, habe ich... Bin ich... Oh mein Gott. Ihr könnt euch übrigens auch ducken, ne? Nicht vergessen. Und mit Shift könnt ihr euch auf den Boden legen. Und dann könnt ihr durch diese Löcher kraxeln. Und der Truthahn kann übrigens sich nicht ducken. Das heißt also, ihr könnt dann richtig gut vor dem entkommen. Aber in welchen... Oh Gott, der Truthahn ist an mir vorbeigelaufen. Der Truthahn ist an mir vorbeigelaufen. Der Truthahn. Hey, ey. Ich habe einen geheimen Raum gefunden. Oh mein Gott. Hey, Leute. Ey, ihr müsst... Rennen. Ich muss euch finden. Es gibt einen geheimen Raum. Es gibt einen geheimen Raum. Pass auf. Ich muss euch finden. Ich zeige euch den. Wo ist der geheimen Raum? Der ist im Lager. Weiter hinten. Ihr müsst wieder zum Lager kommen. Ich bin in der Küche. Es gibt einen geheimen Raum. Da kann der Truthahn, glaube ich, nicht heinkommen. Nein, ich bin in der Toilette. Sind wir entkommen? Nein, ich glaube, die Tür geht erst in der letzten Minute auf. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich meine vor dem Truthahn. Der war hinter uns her. Ich glaube, wir sind in den los geworden. Ey, ich glaube, ich weiß, wo die Toilette ist. Ich bin in der pinken Toilette. In der pinken? Ja, ja, hi. Hi. Ja, ich komme mit. Okay. Jetzt müssen wir Kira noch finden. Wir müssen noch Kira finden. Kira, wo bist du? Ich bin schon wieder in einem Spind. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Pass auf. In was für einem Spind bist du? In welchen? In so einem Verbotten. Bei so einer Regenbogen. Wo so... Bei dieser... Eben, der ist da hochgelaufen. Oh mein Gott. Ja, der ist oben. Der ist oben. Okay, warte. Anna, nicht runter. Nicht runter. Anna. Nein. Nein. Anna, du bist weggekommen. Komm, du schaffst das, Anna. Kira, helf me. Anna, wenn der dich holt, dann werde ich dich retten. Ich habe Kira gefunden. Ich habe Kira gefunden. Kira, Kira. Kira, hinter dir. Ach, nö. Ich bin hinter dir. Kira, ich bin hinter dir. Kira, bleib stehen. Wo bist du? Oh mein Gott. Der Truder ist auf dem Boden. Der ist der Truder. Es ist der Truder. Oh mein Gott, Kira, ich komme dich retten. Ich komme dich retten. Ich bin noch am Leben. Helft uns. Aber jetzt bin ich ja wieder... Nein. Ich helfe. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Nein, oder? Anna, Anna, Anna. Danke, danke, danke. Jetzt schnell hoch. Schnell weg hier. No. Schnell die Treppe hoch. Es ist der Truton, es ist der Truton. Es ist hinter mir her. Andere Seite. Andere Seite, kommt die Treppe hoch, kommt die Treppe hoch. Auf der anderen Seite. Ich habe mich versteckt. Hier, hier, Anna, die Treppe hoch. Kira, wo ist du dich wieder versteckt? In so einem Spinn schon wieder. Aber ich glaube... Kannst du rauskommen? Wo müssen wir hin? Nee, Kira muss die Treppe hochkommen. Ich glaube, er weiß, wo ich bin. Da kommen wir hoch. Weil er geht doch nicht mehr weg. Der Truton ist da. Ich bin gestorben. Oh nein. Okay, Anna, ich zeige dir kurz das Geheimversteck. Kira, kannst du uns zusehen? Ich zeige dir das Geheimversteck dann auch. Guck mal, wenn man nämlich hier lang geht, und dann immer weiter durchs Lager geht. Immer weiter. Da kann man hier rechts, glaube ich, lang. Und guck mal, wenn man hier durchgeht, ist hier ein geheimer Teppich. Und dann kannst du hier so reinklettern. Und dann ist es so ein geschlossener Raum. Seht ihr das? Ja. Das ist der Raum, wo der uns niemals hinten wird. Das ist einfach der geheime Raum einfach. Oh Mann. Ich will mal rausgucken. Das ist aber... Kira hat sich die ganze Zeit in diesem Schrank versteckt. Oh, der, der, der tut... Ich kann ihn sehen. Ich glaube, in den nächsten neun Sekunden wird, glaube ich, gleich die Flucht beginnen. Okay. Und der ist im Lager. Ich würde aufpassen. Okay, gehen wir mal da rein. Weil der, wenn der im Lager ist, dann... Also ich glaube, es sieht zumindest aus, mit so Kissen wie bei. Okay, die Ausgänge sind öffnen. Okay, ver... Sie sind öffnen. Ja, ja. Der war direkt da im Lager. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Ah, in common, in common. Hey. Okay. Wir sind wundervoll. Wir haben es geschafft. Ich würde auch sagen, das war richtig, richtig gut. Meine werten Damen und Herren, werte Zuschauer, das waren Kira, Anna und Roman entkommen vor einem Truthahn. Falls ihr mehr so Truthahn-Action sehen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.